Security, Fahrzeugkonvoi und Mindestabstand. Unter Sicherheitsvorkehrungen wie für einen Staatsgast war am Mittwochmorgen der WM-Pokal zu Gast in der FNP-Redaktion. Vor den Augen von zehn Lesern sowie einer Handvoll weiterer Gäste enthüllte Ex-Nationalspieler Bernd Hölzenbein die 36 Zentimeter hohe und gut 6,2 Kilogramm schwere Trophäe, die nur vom FIFA-Boss, Staatsoberhäuptern und Weltmeistern berührt werden darf. Erst nachdem sie unter einem Schutzglas verschwunden war, durften sich auch Normalos der mehr als 100.000 Euro teuren Statue nähern. 30 Minuten und zahlreiche Fotos später machte sich der Pokal dann auf den Weg zur nächsten Station. Schließlich müssen in 267 Tagen 88 Länder bereist werden. Aufmerksamkeit! 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 Ja!